Musik Besonders finde ich das Essen gut, weil es einfach was anderes ist, als auf einem normalen Weihnachtsmarkt. Und hier gibt es auch mehr selbstgemachte Sachen, das zieht einen dann hierher. Musik Dadurch, dass man die Feuer an hat und nicht die elektrischen Lichter, ist das alles noch mal ein bisschen uriger. Musik Passt natürlich unheimlich gut zum umgebenden Ambiente, vom Pulverturm und vom Johannistor hinter uns. Musik Romantisch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Musik 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 Musik